Moin, hallo und willkommen zurück zu The Mist of Ravenwood, beziehungsweise Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood im Deutschen. Ähm, ich bin noch ein bisschen um und her gelaufen, bin aber dem gewesen, was ich machen könnte. Ich hab ja das Emblem gekriegt und ich glaube, das Emblem gehört hier hin. Das Ding hier. Geht's nicht? Oh, das hätte aber so schön gepasst. Äh, das muss die Ausstellung auf der Karte, das wäre so toll gewesen, das hätte nämlich gepasst hier, ne? Weil das Emblem hier so, genau so aussieht. Aber war's wohl doch nicht. Ja, dann komme ich jetzt hier nicht weiter. Hm, wie mach ich denn das jetzt dann? Wie peinlich. Ähm, ich muss hier irgendwas machen, aber ich weiß nicht wie. Ich komm da nicht weiter. Ich muss das irgendwo einsetzen, das Emblem. Das ist saugauf gemacht. Habt's genau gesehen. Okay. Ich muss irgendwo das Emblem einsetzen. Und ich muss ein Kabel finden. Tja, das hilft mir natürlich jetzt gerade nicht weiter. Dann bei dir muss ich noch das Auge rausnehmen hier. Das kann ich leider auch gar nicht. Hier kriegst du das hier. Kann ich das da rausziehen? Ne. Rausdrehen. Okay. Schlossteile. Jetzt hab ich drei Schlossteile gekriegt. Da weiß ich noch nicht genau, was ich da brauche. Schlosssteile. Jetzt hab ich das hier gemeistert, ne? Ne, da ist immer noch was. Schlossteile. Für was? Ich brauche Schlosssteile für irgendwas, aber ich weiß noch nicht genau, was... Und hier fehlt mir noch das Kabel. Ich kann hier das noch nicht machen, solange ich das Kabel nicht habe. Ich bin zwar noch nicht davon überzeugt. Ne, ne? Oder? Nein, was sind das für Schlosssteile? Irgendwo bei einem Schloss fehlen Teile, aber wo? Wo fehlen diese Teile? Da muss ich nochmal hingehen. Der guckt ja mal nur ganz vorsichtig hier. Ich kenne die richtige Kombination nicht. Hier muss ich irgendwas eintragen, aber ich brauche die Kombination... Ne, hier. Das sind die Kombinationen, ne? Ich hab das mal vorher geguckt. Ähm, jetzt geht das wieder los. Das ist eine Dreiviertelacht. Wo ist denn hier... Ich weiß nicht mehr, wo der eingestellt ist. Eine Dreiviertelacht... ...ist hier. Und wo ist die Linie, die dazu zählt? Äh... Die geformte Scheibe ist unvollständig. Achso, da muss ich jetzt die Teile noch einsetzen. Klicke auf die nummerierten Felder, dreh die Scheibe und wähle die richtige Kombination aus. Mit der Pfeiltaste kannst du die Richtung ändern. Da ist der Pfeil. Das heißt, ich muss zwei nach links oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn darüber. Also sieben gegen den Uhrzeiger sind sieben und drei. Okay, das geht schon mal nicht. Ich muss es direkt, direkt in eins machen. Ähm, gibt es das Zeichen doppelt da oben? Eins, zwei, drei, vier. Okay, vier gegen den Uhrzeiger. Das ist schon mal richtig. Dann brauche ich das Q da unten. Das ist eins, zwei. Das geht nicht. Eins, zwei, drei geht. Gegen den Uhrzeiger sind. Und jetzt muss ich zum U gelangen. Das ist das hier? Oder das hier? Oder das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt auch nicht. Die Kombination geht schon mal nicht. Ähm, resetten? Achso, da oben. Ach, ich kann es komplett resetten. Okay, das wusste ich nicht. Hm, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe eigentlich nur den da, ne? Eins, zwei, drei, vier. Der muss gegen den Uhrzeigersinn viermal gehen. Jetzt muss ich gucken, wie ich in die andere Richtung gehen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Geht nicht. Eins, zwei, drei. Ne, warte mal. Ich muss jetzt zum Q. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geht nicht. Sechs, sieben. Vier. Eins, zwei, drei. Vier wäre da. Und eins, zwei geht nicht. Ich muss den hier nehmen. Ne, Quark. Was mache ich denn da? Ich muss doch zum U. Den drei muss ich nehmen, da. Jetzt habe ich das Problem. Ich brauche das U hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da komme ich nicht hin. Das haut nicht hin. Wenn ich mit dem Uhrzeigersinn wie gehen würde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das haut nicht hin. Oder passt der erste schon nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, das haut so nicht hin. Ich brauche dieses Dreiviertel. Eins, zwei, drei, vier. Das muss gegen den Uhrzeigersinn mit einer vier gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, geht nicht. Das ist jetzt doof. Ich brauche das U. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Ich weiß nicht genau, wie ich das sonst machen kann. Wenn ich in die andere Richtung gehen würde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Haut nicht hin. Das ist ja doof. Und da sind nur eins, zwei. Das ist ja jetzt doof. Gegen uns ist ja das Problem, ich komme mit der siebene hin. Ich brauche das U mit Dingens. Das ist der hier. Die müsste ich drehen und dann komme ich aber da unten zum X. Und das X ist falsch. Das X brauche ich danach. Insgesamt ist, ich kann den resetten, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber ich komme da nicht hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geht auch nicht. Sechs, sieben, acht, neun. Geht nicht. Wie berichten das jetzt? Ich komme nur dahin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Es geht nur in die Richtung. Ich raffe es gerade nicht. Warum komme ich nicht zu dem U? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, das kommt nicht hin. Das muss schon mit den ersten beiden, muss schon was nicht stimmen. Oh je, oh je. Ich habe die Lösung wahrscheinlich direkt vor meiner Nase und sehe sie nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich nochmal sieben gegen den Uhrzeiger sind gehe, komme ich da auch hin. Und jetzt muss ich zum X. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das haut nicht hin. Also den nochmal resetten. Und eins, zwei, drei. Zurück. Mit dem Uhrzeigersinn. Und dann eins, zwei, drei, vier gegen den Uhrzeigersinn. Und dann nochmal eins, zwei, drei, vier gegen den Uhrzeigersinn. Mehr. Benötig mehr Raum. Okay, Beweisstück zwölf. Das sind etwa die Mordopfer? Mehr, mehr was? Und ein Kabel haben wir auch noch, siehst du, da habe ich das Kabel, was ich brauche. Okay, da kommen wir die Sache noch langsam näher. Das war jetzt ein bisschen umständlich, aber ich habe es dann noch irgendwie hingekriegt. Ähm, da muss das Auge rein. Dreh das Labyrinth und führe die Kugeln so in die passenden Öffnungen unten am Rand. Jetzt geht das wieder los. Ich mag ja solche Spiele nicht. Okay, jetzt muss ich gucken. Ich kann wahrscheinlich eine fixieren. Mittell. Gucken wir mal da lang. So. Da lang. Jetzt bleibst du da erstmal liegen. Und dann da lang. Okay. Da lang und da lang. Okay. Ey, das Köpfchen, schneller ist das nicht. So schnell war das jetzt gar nicht. Eine Marke wieder gefunden, okay. Jetzt gucken die Augen sogar hier, krass. Okay, wo das hin soll, weiß ich auch noch nicht. Jetzt kann ich aber erstmal den, ähm, die Seilbahn zum Starten bringen. Hier, wir haben drei Kabel. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen hier ein Pfeil. Ein Pfeil. Dann, äh, nehmen wir erstmal, nee, warte mal. Das muss ein Rechteck sein, das grüne. Also musst du erstmal darüber. Ein Rechteck und dann... Oben brauche ich noch so eine Kante. Nicht gerade mal legen. Wie mache ich denn so eine Kante? So. Das leuchtet schon mal. Das leuchtet auch, okay. Hier brauchen wir einen Pfeil. Ähm. Einen Pfeil brauchen wir hier. Wenn ich den da drüben anschließe... Ne, dann habe ich hier was anderes. Gucken wir erstmal gelb. Gelb brauche ich einen Zickzack. Wo ist denn hier ein Zickzack? So. Und so. Und ich brauche jetzt hier noch einen Pfeil. Das wäre das. Und das. Das passt nicht ganz. Der Pfeil darf nicht durchgehen. Ähm. Dann muss das da hin. Es funktioniert. Alles klar. Jetzt können wir hier die Fahrkarte benutzen. Will ich da mitfahren? Eigentlich nicht. Wenn da hier so ein großes Viech rumläuft, will ich hier eigentlich nicht mitfahren. Das muss wehgetan haben. Du kannst dich nirgendwo festhalten. Ich bin alive. Aber wo bin ich? Ähm. Es sieht aus, dass ich ein paar von meinen schweren Räumen verloren habe. Was sagt mir, dass das nicht unsere letzte Räumen war. Jetzt bin ich auf jeden Fall unten angekommen. Ach, zu den Beweisen komme ich jetzt nicht mehr. Interessant. Abseits der Spur. Okay, das Netz ist stark verknollt. Ich kann jedoch ein großes Stück davon abschneiden. Ja, natürlich sind die Sachen jetzt alle weg. Äh. Da ist auch nicht mehr zu viel zu retten, ne? In dem Brat gibt es zu viel, woran ich mich schneiden könnte. Ich werde nicht dorthin zurückkehren. Okay, dann habe ich das schon erledigt. Was haben wir hier? Eine Krabbe. Da kann ich auch gar nichts machen. Die Krabbe, die ist... Okay. Moment, nochmal zurück. Ein Vogel. Komm, hau ab. Mach da nicht. Okay. Wie man das überleben kann, ist echt ein Wunder. Da komme ich auch nicht ran. An einem Schloss. Etwas schweres sollte es zerbrechen können. Okay. Okay. Da ist ein Schmetterling. Die Windmühle. Ich muss noch immer im Park sein. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo ich hier hinkomme. Eine Sackgasse. Unmöglich von dort nach oben zu gelangen. Also komme ich jetzt hier nicht weiter? Oder wie? Oder was? Was schweres sollte es zerbrechen können? Ja, da muss ich erstmal gucken. Da. Eine Glasscherbe. Ich will mich nicht schneiden. Hier. Stich doch. Dann schneid mal eine Runde. Das kann ich mitnehmen. Und dann kann ich die Krabbe doch bestimmt anfangen. Hier, oder? Krabbe? Nicht? Die Bretter halten nur Not. Auf die kann ich trotzdem mit bloßen Händen nicht lösen. Ich habe jetzt ein Fischernetz. Was mache ich mit dem Fischernetz? Hier. Kann ich das da oben dranhängen? Nee, kann ich auch nicht. Hm. Ich habe ein Netz. Was mache ich damit jetzt? Da sind Drähte. Die kann ich mitnehmen. Kann ich sonst hier nichts mehr rausfischen oder so? Gar nichts? Das ist jetzt nicht so viel. In dem Park gibt es so viel. Was ist nicht? Okay. Ich fülle es sehr gerne hier. Nee, darf ich nicht. Okay. Drähte habe ich jetzt. Was mache ich mit den Drähten? Hier. Kannst du mit spielen. Kann ich das hier abreißen? Nein. Tja, da muss ich noch ein bisschen gucken. Ich würde sagen, in der nächsten Episode geht es weiter. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.